Ja, guten Tag zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Voidtrain Tück train, tück train, train, train Und ich weiß gar nichts mehr Ich bin völlig raus Ich weiß nur, dass ich, äh Ach ja, doch, Moment Wir hatten hier, glaub ich Was, was war denn? Oh, Flexi hat gar nicht aufgeräumt Was ist denn da los? Ähm Ja, hallo, ich, äh Ich muss erstmal wieder reinkommen Was ist denn hier, Phase? Oh Gott Wir haben viel zu viel Ja, um euch geht's, wollte ich gesagt haben Wir haben einfach viel zu viel Stuff Äh, warum steht die Werkbank hier? Ach so, die haben wir beim letzten Mal, haben wir ja Stimmt ja, da war ja was Äh, ich komm an den Schrank nicht dran Und hier Oh Gott, alles, alles ist voll Oh Gott, was soll ich denn jetzt tun? Äh Genau, um die kleinen Scheißer geht's Ich weiß jetzt, wie wir Wände bekommen Die Blueprints Und zwar müssen wir die Wie heißen die eigentlich? Rofl Roflo Roflemon Mos Die müssen wir füttern Mit diesen Mushrooms Wir hatten schon mal einen Pilz gehabt Das ist aber schon ein bisschen her Falls ihr euch entsinnen könnt Und wenn wir die füttern Dann kriegen wir Blueprints Die wir dann nutzen können Aber da muss man aber auch erstmal drauf kommen So Mein Problem ist jetzt Ähm Ich würde diesen Zug Kann ich den Zug nochmal erweitern? Kann ich hier Add Waggon Ja, das geht Not enough Ressourcen Was ist denn das? Upgrade Waggon Add Waggon Aber wir haben ja Die zweimal Plattform Okay Aber wir können upgraden Und hier glaube ich Au, ich bin mir nicht sicher Okay, wir brauchen Okay, lass mal ein bisschen was herstellen Wir brauchen Federn Kugellager Und Äh Pack das mal eben weg, bitte Pack das mal weg Äh Wir müssen erstmal Barren brennen Das ist jetzt erstmal A und O Da können wir erstmal ein bisschen was verbraten Und verbrutzeln Das können wir mal eben machen Äh Ja, hier das Der Research Table Ganz spannend Mit dem Boiler hier Ähm Ich würde aber tatsächlich auch die Steam Engine Mal bauen wollen Das hatte ich ja eigentlich vorgehabt Und wir haben hier noch die Prophezei- Ach, sind die Prophezeiungen jetzt weg? Ach, sag bloß Ach, die Prophezeiungen gelten dann nur für eine Runde im Void, oder was? Ach, krass Okay Gut, das muss man auch erstmal wissen So, wir haben zwei Münzen Wir können wieder im Automaten gehen Würde ich mal eben spielen Weil gerade die Barren ja brennen Wir haben noch die Kiste Fällt mir gerade ein Sehe ich gerade unten links So, ich spiele mal eine Runde Oh, eine Prophezeiung Was haben wir hier? Oh, oh Toll Sag mir die Wahrheit Eine neue Prophezeiung Wuhu Geil So, die Kiste können wir eigentlich theoretischerweise auch mal öffnen Wow Oh ja, Mushroom Juhu Nehme ich direkt mit Oh, wir haben not enough space Holy shit Kann ich mal hier Fridolin füttern damit? Das geht Feed Mit E Ja, juhu Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt bekommen Äh, was Ne New Deco Jawohl Juhu Geil Oh mein Gott, wir haben glaube ich Wände Ich glaube Ich bin mir nicht sicher Oh mein Gott, holy shit Ja, brauchst du nicht direkt abkotzen So, ich würde sagen Wir brennen Ah, wir haben not enough space Ne Oh Fuck Warte mal Okay, ich esse mal eine Runde Weil wir ja gerade sowieso hungrig sind Das kann noch ein bisschen da rein Apropos trinken Alter Flexi hat gar nichts getrunken So Essen würde ich auch direkt mal Einen Schnitzel So, jetzt sind wir hier unten wieder gesättigt Ähm Das können wir auch direkt mal auf den Grill schmeißen dann Dann können wir wieder ein bisschen was zu trinken herstellen und so Und zu essen Wenn wir schon einmal dabei sind, machen wir das doch mal Können wir Warte mal Können wir eigentlich noch mehr herstellen? Wenn wir mehr nehmen Wenn wir eine Tasche haben Geht das? Wie brauchen wir davon? Zwei immer, ne? Ah, das geht Okay, dann machen wir das so Okay, pass auf Den Rest Äh Ja, Prophezeiungen haben wir zwei Das ist sehr schön Was können die denn, die Prophezeiungen? Frequency of Leech 15% Und Chance of Encountering Chase Was heißt denn das? Ich bin mir da gar nicht so sicher Ich pack die mal hinten rein Oh, die haben wieder fleißig gekotzt Ich würde jetzt ungern was mitnehmen Wir haben Oh nein, wir haben nochmal fünf Münzen Wir sollten die mal ausgeben Wir haben noch Kohlebrik jetzt Unser Platz wird einfach zu eng, ne? Man muss es einfach so sagen, wie es ist Äh, warte mal Mach das mal eben so Dann können nämlich hier Ach, geht gar nicht Da haben wir schon Oh, fuck Wollte ich eigentlich gar nicht Aber gut Machen wir das mal so Und die packen wir mal da rein So, die Münze nehme ich natürlich gleich mit Fett Haben wir Fett voll Fetts Ah, Fetts Fettfetts ist hier Ah, das ist auch voll Ich weiß nicht, was ich damit machen soll Egal, ich brutzel nochmal ein bisschen Wir haben ja ein bisschen was Zu tun jetzt gleich Weil wir ja auf jeden Fall jede Menge brauchen Geil, wir haben Mega Wir haben, äh Cool, wir haben Wände Ähm Wir brauchen aber auch, glaube ich Ne, Moment Dann entfällt das ja erstmal Mit dem Wagen, oder? Wohl Einen Platz brauchen wir sowieso Für die Dings Doch, das müssen wir bauen Ich würde einmal gucken, was das kostet So Äh Äh Wo ist denn das mit dem Dekor? Oder ist das bei dem Hammer? Ever had a hammer Warte mal Ever had a hammer Der hammer in the morning Nein, ist es bei Dings wahrscheinlich, ne? Beim Crafting Book, oder? Dekor Produkt Storage Ne Hä? Oder muss ich es erst Researchen? Ne Das haben wir kompliziert Oh, da ist es doch Oh, warte mal Oh, das ist doch da Ist der Ofen fertig? Ja Juhu Direkt nochmal brennen Wir haben ja ein bisschen Holz Auch auf Tash Fett geht übrigens auch Oh, warte mal Moment Wenn Fett geht Hier Taken wir Change Ja, machen wir mal Fett rein Und machen wir ein bisschen Mal gucken Ähm Ich will einmal schauen Wir können ja Hier, glaube ich, ne? Break Nein Plattform Nein Handrails Hier Ich würde es mal hier gucken Upgrade Bilde Modul Hä? Wo ist denn das hin? Hä? Aber wo ist denn das? Mann, wie am Wende Das ist ja die Steam Engine, ne? Hä? Hä? Aber wo baut man das? Ich bin enttäuscht So, wir brauchen Holz Okay Ich bin ein bisschen enttäuscht Wo, 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 wo Bauen wir sowas denn? Okay, ich trinke nur was Äh Essen müssen wir auch herstellen Mach ich mal Kitchen Up in the kitchen Da müssen wir auch gleich Holz reinlegen Jawohl Juhu Ähm Aber hä? Mit den Wänden ist ein bisschen komisch Oh, hier muss ich ja nur einsammeln Stimmt ja, da war ja was Okay, äh Das ist ja blöd Wo finden wir denn das jetzt? Ach, wir haben not enough space Ach so Dann sag das doch Jetzt vielleicht? Ja So, das kommt wieder da rein Ähm Das kommt Da rein Das kommt da rein Chemikalie weiß ich gar nicht Haben wir dafür Ich bin mir gar nicht so sicher Haben wir dafür Platz? Ach so, wir müssen ein bisschen was bauen, ne? Äh, wir brauchen auf jeden Fall Schrauben Schrauben mach ich mal zweimal schon mal Glaube ich, dass wir zweimal brauchen Bin mir nicht sicher Äh Fett Haben wir irgendwo Fett? Äh, äh, nicht Fett Chemikalien Das war voll, glaube ich, ne? Oh ja Chemikalien sind voll Oh fuck Kann ich das mal eben mitzwischen lagern? Das geht ja erst weg, ne? Oh Oh, Bilderbox Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Oh mein Gott Was machen denn die Sachen hier drin? Äh Warte mal Das ist ja gar nicht cool Oh, ist das vielleicht vom Abreißen gewesen? Oh, halt, stopp Da muss ich mal eben ganz schnell umsortieren Äh Holz packen wir da rein Waren nehme ich mit Wir brauchen auf jeden Fall noch Warte Von den Kopperbarren Dafür brauchen wir Chemikalien Ah, halt, stopp Äh Wie mach ich das denn jetzt? Warte mal Ich hab so wenig Platz Ich brauch ein größeren Backpack Auf jeden Fall Ähm Tja, verdammt Wie mach ich das denn jetzt? Warte mal Das, das entfällt ja nicht Solange wir nicht wegfahren Bleibt das ja hier drin, ne? Also auf jeden Fall Mach mal eben ein bisschen Platz hier Äh So, so, so Und so Okay Ich hab einfach zu wenig Platz Man muss es einfach so sagen, wie es ist So, stellen wir das mal her Das sieht besser aus Wir brauchen Was waren das noch? Was brauchen wir denn noch für die Verbreiterung? Ich guck mal eben Hä, da waren die Wände Und dann sind sie weg Bild im Modul Nein Not enough Space Äh, not enough Ressourcen Äh Ja, zweimal Kugellager Zweimal Federn Und zweimal Schrauben Und vier Barren Also zweimal Federn Zweimal Kugellager Zweimal Schrauben Ah, da brauchen wir noch dieses Zeug, ne? Wo kriegen wir das denn nochmal her? War das hier? Ah, Fett Fett und Chemikalie Ja, Moment Haben wir da? Ne, Quatsch Chemikalie haben wir Fett brauchen wir Let's Fett Jetzt hätten wir das Fett gut gebrauchen können, ne? Aber wir haben ja noch Wie gesagt, wir haben noch ein paar Münzen Wir können ja noch ein bisschen was basteln So Also hier Nein Was mach ich denn? Ich bin so doof Davon Mach mal zwei bitte Wir haben jetzt Uns fehlt Eine Feder Und ein Kugellager Mach ich mal eben Ah, das ist ja ärgerlich Mit den Mit den Wänden Wieso geht denn das nicht? Muss ich gleich nochmal gucken Not enough space Ähm Ja, aber ich kann ja Dings ablegen, ne? Warte mal Platzprobleme on mass Das Fett kann ich ja wieder ablegen Das brauchen wir ja nicht aktuell So, warte Dann Createn wir mal ein Kugellager Wir haben ja noch Platzprobleme, ne? Ich würde am besten noch eins erstellen Einfach so, weil wir es können Jetzt gerade Äh Nein Ja Fast wieder Folie-Essens-Essens-Kiste Das ist sehr schön So Wir viermal Schrauben Barren haben wir Das passt eigentlich Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen Ich würde einmal upgraden Wieder Wir haben jetzt zurückgebaut Äh Upgrade-Wagen Bad von Limit erreicht Okay, hier Upgrade-Wagen Pling Genau Was können wir denn hier bauen? Wir können hier nur die Handrails bauen Wieso kann ich denn hier nicht Verstehe ich nicht Ist mir ein Rätsel Oder kann ich das doch mit dem Hammer machen? Nee If I had a hammer The hammer in the morning Hier haben wir nur wooden floor Storage Production Dekoration Hä, aber wieso können wir denn diese Wände nicht bauen? Was wir da Hä, ich verstehe das nicht Wie funktioniert denn das? Ich muss nochmal nachlesen Es tut mir so leid Hä, jetzt habe ich mich so auf diese Wände gefreut Und alles Mann Toll Okay Nützt alles nichts Wir brauchen ja trotzdem wooden floor Zweimal Holz brauchen wir dafür Haben wir noch irgendwo Holz? Ich spiele mal ein bisschen am Automaten, glaube ich Haben wir hier noch ein bisschen Platz irgendwo? Äh Ja, auch schon voll Das ist blöd Also ich packe mal ein bisschen hier was rein Wir dürfen dann so nicht vergessen, dass das hier Oh, warte mal Nee, wir haben ja Wut Wir haben ja Wut Wut, Wut, haben wir ja Warte mal Wir haben wooden floor So, so, so Crafting book Mann, ich würde gerne Wände bauen Wieso geht das nicht? Bin ich zu blöd dafür? Ich weiß es nicht Naja Äh, den würde ich gerne umbauen Also den würde ich gerne wieder zurücksetzen, ne? Hier, ihn hier Wie war das nochmal? Äh Recolate, ne? Genau, so Ricola Ich würde den einmal drehen Wie drehe ich den? Mit R? Ja Würde ich hier so hin platzieren So Reconstruct Eigentlich nicht Eigentlich will ich Wand bauen Aber irgendwie Geht das nicht? Warum das blau leuchtet Wissen wir auch nicht, ne? Repair Okay Alles klar Äh, gut Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal wieder erweitert Haben wir da ein bisschen mehr Platz Ah, den können wir ja auch nochmal umsetzen Den Garden Den haben wir ja glaube ich auch rausgenommen da Haben wir zwar noch nicht richtig irgendwas für gemacht Oder Keine Ahnung Äh, warte Ja Gut Mein Problem ist halt gerade wieder Platzproblem Ich, äh Würde mal eben Hier ein bisschen was einlagern Erstmal auf Gut Glück So Vielleicht stellen wir gleich nochmal ein paar Sachen her Die wir vielleicht gut gebrauchen können Ich würde mal ein bisschen am Automaten spielen gehen Die Münzen verbrauchen Toll Wow 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 Ich hab kein Glück bei sowas Ich hab einfach kein Glück bei sowas Muss man einfach sagen So, wir haben kein Keine Münzen mehr Ähm Waffenteil Wir hatten hier ja noch Kisten Die ein bisschen leer waren, ne? Ähm Ja Äh, ja Äh, ja Äh, ja Ich werde mal die Waffenteile aussortieren, glaube ich So Ähm Das Holz packe ich jetzt auch erstmal hier rein Das brauchen wir jetzt nicht Aufgeschissen Mal die Waffenteile jetzt hier ein bisschen aussortieren So Bisschen Entsorgung Betreiben Wollen wir alles gar nicht Äh, hallo So Blau Okay Ich glaub wir hatten die beim letzten Mal, glaube ich, auch nachgeguckt gehabt, ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Aber ich meine, ja Mir schwante da irgendwie was, was wir beim letzten Mal, glaube ich Äh Die Sachen, glaube ich, untersucht hatten So Ja, tut mir leid, dass es jetzt gerade so läuft Ich kann's nicht ändern Ich würde gerne Wände bauen Und Ich verspreche es irgendwie immer, aber irgendwie funktioniert's nicht So Dann schmeißen wir die mal weg Die auch Und dann Haben wir das erstmal soweit Gut, dann würde ich hier erstmal Vorsichtssalber erstmal hier sowas reinpacken Solche Sachen Und So wat hier Es Äh Steht uns bis zum Halse Nämlich gerade so ein bisschen Dass wir hier so viele Sachen kriegen Ich meine, wir können fleißig bauen Das ist ganz toll jetzt mittlerweile Aber ich würde halt gerne auch bauen Das Problem ist, äh Wenn ich nicht bauen kann Was bringt's dann? Es bringt uns halt gar nichts, ne? Ist halt Ist halt echt schade Wir könnten mal Ja, komm Ich packe das auch nochmal da rein Scheiß auf Scheiß auf Wudden Ja, ich bin ein bisschen planlos gerade Mein Problem ist Ich mach mir Ich weiß nicht Was stand denn da? Ich muss nochmal gucken So Die Steam Engine können wir ja bauen, ne? Was kostet uns die denn? Und wie müssen wir die platzieren? Also Wir brauchen Viermal diese Drähte Vier Schrauben Vier Zahnräder Vier Kolben Von allen viermal Schau mal, ob wir das hinbekommen So, warte mal Ich guck mal eben Also viermal diese Drähte Vier Ja Dann brauchen wir viermal Schrauben Wie viele Schrauben haben wir denn? Noch zweimal Okay Da brauchen wir glaube ich noch ein bisschen was von Das packe ich mal mit hier rein So Wir brauchen sowieso noch ein paar mehr Barren Genau Ich glaube das wird sonst nicht reichen So Einmal Schrauben hatten wir jetzt, ne? Ne zweimal Okay Also brauchen wir noch mal zweimal Schrauben So Dann brauchen wir dieses Rad Da muss ich jetzt mal gucken Wie bestellt man das denn her? So Ähm Das hier Okay auch Dafür brauchen wir auch vier Glaube ich Ich hoffe Ist gut, dass wir so viel haben Jetzt können wir ein bisschen was verbraten Oh, da ist auch noch Strap Metal War ich da noch gar nicht? Habe ich hier noch gar nicht alles untersucht? Oh, hier liegt noch eine Münze Hä? Wie geil ist das denn? Ich Haben wir hier noch gar nicht Okay Wir müssen auf jeden Fall hier noch alles Untersuchen Anscheinend habe ich gar nicht alles gesammelt So wie es aussieht So Dann brauchen wir Kolben Vier Stück Dafür brauchen wir Okay Alles klar Ich verstehe Wir brauchen Chemikalien Ja Ich will noch einmal eben kurz Lotta spielen Da habe ich eh kein Glück gehabt Ich schmeiße einfach mal rein Wir gucken, was wir kriegen Eine Prophezeiung Wow Gut, immerhin Vielleicht bringt es uns ja was Ich weiß es nicht So Was hast du Schönes? Natürlich Strap Metal Chemikalie Ich weiß nicht, wie wir brauchen Müssen wir mal gucken Er hat nochmal Wood bei sich So Heißt also Wir müssen am Lab nochmal hiervon herstellen Ach, wir brauchen ja auch Fett, ne? Stimmt Oh, warte mal Äh Was macht die denn? More Wood in the Void Mal eins Wood brauchen wir gar nicht Ähm Alter, wie rote Augen ihr halt habt Scharks Scharks auf Encountering Out Outposts Glaube ich ganz geil Würde ich mal nehmen Würde ich mal einsetzen Dann haben wir das schon mal Sind wir das schon mal los So, warte mal Mehr Dirty Eyes Mehr Organsin Evoid Das können wir mal machen Das ist glaube ich ganz cool Ähm Ich packe mal eben hier Ein paar Sachen rein Die wir schon fertig haben Damit wir gerade ein bisschen Platz schaffen So Das Wood geht mir ein bisschen Auf den Keks Aber wir können gleich nochmal In dem Dings was reinpacken Achso, Fett brauchen wir ja Stimmt, da war ja was Let's Fetts Fett Fetts Äh Ähm Ich nehme mal glaube ich Mehr mit Ich meine wir brauchen ja Vier Ne So Das brutzelt Das heißt wir können Den anderen Krempel Jetzt erstmal nochmal weglegen Ich muss Ich muss zu meiner Verteidigung gestiegen Wie den Wänden nochmal Ich hab jetzt gerade auch nicht gelesen Was da stand Und...